Willkommen zurück. Hier ist die Manufaktur. Da habe ich eben schon mal ein Rohr reingestöppelt. Pufftenrohr braucht das Ding. Das heißt, die Rohre müssen wir hier... Pufft, ein Stück hat er schon hergestellt, wie es ausschaut. Ja, gut. Das heißt, Rohre müssen wir hier herbringen. Die Rohre sind drüben beim Kupfer. Na schön, danke auch. Die Rohre sind drüben beim Kupfer. Müssen wir erst noch einen Förderband bauen. Knüssenkel ist offen, Kollege. Hier müssen wir die Rohre irgendwie rüberkriegen. Schubbidi-du, schubbidi-du Dodo. Shupp, schupp. Ja, hör auf. Hmm, 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 hmm. Na klar, hier laufen sie alles noch voll. Das ist ja komplett... ...den Turm hast du hier nur gebaut. Da wird noch nicht viel drin sein. Obwohl der schon bald voll ist hier, ne? na gut wenn wir jetzt was abzwirken wird es natürlich nicht mehr toll werden ja wir müssen hier auch welchen gerad holen und die dann da rüberkriegen ja nun das ist ein eingang hier das ist ein eingang ausgang hätte ich gar kein mehr frei aber es ist ja prachtvoll das ist ja prachtvoll das ist ungern würde ich die wir müssen hier nochmal extra Förderband legen gut Leute gehen wir erstmal rüber wie gesagt wollten wir uns ja sowieso drüben mal die Ölgeschichte angucken aber hier muss ich extra ein Förderband legen ja dann mache ich da vorne den Verteiler rein und lasse das nächste Förderband über dieses Förderband laufen das heißt ich muss das alles nochmal neu umbauen hier einzelne gedöhntes weg machen und dann so einen Dreierturm hinstellen und dann irgendwie an die Wand dran wir klatschen das Band an die Wand dran unten rum hier unten lang zack runter da hier hinten rum und dann müsste man da eigentlich bis rüber kommen hier schön schön und drum und dann von hier irgendwie steckst die Ecke fest hier läuft ja eigentlich nischt dann von hier da rüber also müsste ich dann hier irgendwie eine Wand hochziehen das Band dran hauen und dann hier dran ja da müssen wir dran da läuft jetzt nur weil ich es eingestellt habe weil ich zwei anstücken eingeschoben habe hier 23 hat er schon 50 brauchen wir mal Computer müssen wir andere herstellen Computer machen glaube ich die anderen die Komfortoren gut dann gehen wir mal rüber muss sowieso nochmal Gummi holen dann hätte man nämlich schon mal das nächste war freigeschalten neuer Fliechen da oben jetzt andere Knäckchen sehe ich von hier aus unten bei euch muss auch mal das Licht da oben drauf dann kommst du denn da hin komm mal da hochlaufen hier ist halt auch schon wieder da hier ist halt auch schon wieder da Blub naa na komm da ist er hin da ist er umgefallen der kleine hat Bums gemacht und unten liegt da unten liegt da toll da was war drin den Pop ist geschossen hm was hier wo weg rennen müsst ihr hier wisst ihr ganz genau ist es gerade angeflogen kommt wobei toll du schießt nur hin heute was ist denn los mit dich hm das war zwischen die beiden so den da drin hm oha der Kohl lässt sich das noch mal nicht gefallen das sieht so aus hm war das keine Kinder Entschuldigung 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 war nicht meine Absicht war nicht meine Absicht war nicht meine Absicht tja war doch meine Absicht da kommt der große ist einmal her von oben oder was so rum was ist denn los so schlummer wie bei's kommen hier so da da hin ich nehme die Zeug trotzdem mal mit weil wie gesagt für irgendwas wird man das schon mal gebrauchen so bisschen Action gehabt hm das ist gerade eingesammelt du Funk so also hier oben ist das Schneckchen drauf wie kommt man da jetzt da schon einmal nicht von hier hinten oder was kommt man da hoch irgendwie geht das hier oder was kommen wir hier hoch irgendwie da müssen wir uns etwas bauen ja kommt hoch ja versuch es zumindest ja aus oben oh hier wächst groß ich wollte ja auch schon mal geläut in das groß war hier nicht irgendwas was ist denn das was liegt denn da was ist denn das ist das was böses hier ach äh da war mal was da war mal was da war mal was ich hab's nicht eingesammelt da kommt mal rastinierend aus ne und da hinten ist sind doch immer noch tolle Sachen ne und das radioaktive mit uns da drüben ne wo war denn das na ich glaube hier drüben auf der anderen Seite auf der Insel ne hier vorne war es da wo wir gebaut haben dort da wo die Schräge ist da ist unten das radioaktive gezeug das heißt wenn wir unsere Sachen haaaa unsere Sachen mitnehmen wollen dann ist ja radioaktiv versorgt das ist während des Ladens das Zeug eingesammelt okay sonst machst du das nicht so hier steht nochmal Kalkstein so hier steht auch alles wie es aussieht scheint alles voll zu sein hier ne die beiden Kraftwerke kein Kraftwerke die beiden Kraftwerke laufen nämlich nicht das heißt der Puffer ist schon wieder voll hier so das heißt wir brauchen sowieso Plastik aber ich brauche schon mal zwei Bruni ne nehme ich schon mal mit ich nehme mir auch klein ein paar mehr mit können wir drüben im Container schmeißen da müssen wir einmal langsam mal schauen was wir hier noch machen müssen mit so dann haben wir hier noch Plastik kannst du auch noch mal bisschen was mitnehmen weil ich mir halt gerade gegrunzt weil ich mir halt gerade gegrunzt weil ich mir halt gerade gegrunzt ja da hinten da 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 nicht in Ruhe da grunzen 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 wir müssen grunzen so was machst denn du hier eigentlich so richtig ach du stellst uns ja schwer will ja da kommt ja dann die Kohle ja so hat man das nämlich gemacht hoch und du stellst uns ja her ja das stellen wir ja schon her das Grünstoff stellen wir her und das Gummi stellen wir sowieso schon her ne Restgummi weiß ich nicht ach da Restgummi ne ne was hast du nicht noch gehabt was war das andere jetzt hier oben was war das ach Wasserbeton ne brauchen wir auch nicht wir brauchen gehen lassen Beton alter Vlies esterich dann lass uns mal noch ein bisschen laufen hier dann müssen wir nämlich dann gucken wie wir das Pläste denn von hier noch da drüben holen und auch da drüben holen sie seht ihr ja schon unsere kleine da weiß ich nicht neun sieht ziemlich groß aus von hier aus ziemlich klein da müssen wir das Pläste irgendwie noch überholen mal die Welt erkunden wollten wir ja auch mal wieder ne das habe ich jetzt natürlich auch klein gemacht das letzte Mal nur ich da die anderen Eisendinger noch gefunden hab aber eigentlich vermisse ich immer noch die Wüste Wüste fehlt irgendwie hier noch wo das oben auch mal irgendwas sein könnte ne auf der anderen Seite auch nicht so eine kleine Insel Vorsicht Fliegende was bist du du bist doch hier ich nehme mal mit Brevel uha nein Brevel Entschuldigung ich bin gleich wieder weg das mache ich immer noch weg wir kommen drüber und wer unten ist vor allem der wollte nicht mehr bis dahin oder was ich bin gleich wieder weg jetzt sind denn im Glück nehmen wir nicht ein das gibt aber auch noch mal welchen was zu holen wenn ich jetzt hier nicht vom heil gefressen werden oder so, dann ist ja alles gut. Fridolin ist überall, überall hängt er rum. Ok, sind wir drüber zu zielen? Ich glaube so liegen sie nicht rausgekommen. Hier gibt es noch mal Öl oder was? Hier gibt es scheinbar noch mal Öl wie es ausschaut. Einmal konntest du ausweichen, einmal konntest du nicht ausweichen. Lass mich doch mal Ruhe hier, Mensch. Gehen wir zum Versor, sieht es doch schlimm aus. Scheint noch mal Öl zu sein hier, oder was? Ja, ja. Noch mal Öl. Lass uns was wegsprengen da oben. Hier unten immer eine Absturzstelle. Ein Schneckchen, ein gelbes, sehe ich von hier. Eine Absturzstelle. Braucht bestimmt wieder Strom. Gehen wir mal gucken. Hier gibt es noch mal Öl, ok. Wenn es da noch mal Öl gibt. Vielleicht gleich das Öl auch rüber fördern und bauen wir das alles drüben hin. Oh, haben zwei riesen und zwei große hier, Freundchen. Ist da wirklich jetzt hin? Ja, ja, ist klar, dass du mich jetzt siehst. Ja, nur, 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 freilich. Ich höre. Innen zu, Aua. Nur Bra. Treib ich den wieder nicht. Wo kommt der noch her noch so einer. Der Pap 2. so freilich noch ein großer von denen so glück wenn die nicht schwimmen ich komme aber noch nicht so raus ordentlich und da zieh mich hier gleich angreifen nur ist klar da geht es ja richtig ab hier genau lass mich mal ruhe hier kurz ich muss noch schnell was essen könnte ja eigentlich mal ruhe lassen hier kurz verschwinde verschwinde ist auch verschwinde nur lassen wir mal ruhe jetzt ja ich krieg dich schon noch woher hinten muss man sicher sein was ist das hier raun aus so hätte ist der gleich von wollen ich wollte ich mal meine röpfel rauskriege bist du dran na ja wenn zum schreien wie du willst und jetzt springen und so schnell ja wo ist nicht jetzt du bist du hast dich verkeilt hier oder wo bist du hin der ist hin wo muss er weit hin der ist auch hin da hält er wohl nicht mehr als video denn der resettet immer könnte ja so ein witsch nicht wenn er hier in der feststeckt durch modus da resettet nur ich nur ahnung weiß wo wer wie weiß wo wer hat er auch was dann mach ich mir nicht so große sorge um ihn au au dann hätte ich mal nisch gesagt was war denn das jetzt wieder so darf zu darf zu nimm gleich mit vor dahin hey das ist das ding ganz per se 13 ermittelt dann kommst du nicht durch also fett bist so was hast du jetzt alles schönes gekriegt überhaupt ok wo sind die verstärkten raum modular 19 haben wir gekriegt noch mal das und ein bisschen kabel und ein paar komürer was laderplatten komürer kein platz mehr hm ja ähm doch gesagt sammelt das graus nicht ein und und natürlich nicht hier stehen und auch und was brauchst du jetzt hast du bestimmt wieder strom oder was nö ging auch so ok mal was wo man kennen kabel legen muss oder irgendwas und da sind noch mehr von den Viechern was ist los hier gibt es hier irgendwas besonderes das bliegt noch wie so eine sphäre aber eben gab es doch hier noch ein gelbes Schneckchen oder guckes Kupfer ne Kupfer 1 Brug jetzt nicht Nüsse können wir immer mitnehmen nicht noch so viel rum bedauern wir Hälfte brauche ich schon mal hier oder habe ich die vergessen so haben wir noch Platz dann schmeißen wir da jetzt raus ja gute frage nächste frage die simulärer da können wir Kupfer pichten ich habe mal noch forschen was wir damit machen können Auxit Dankeschön Spiel Guck mal hier nochmal oben drüber dann wird es sowohl jetzt mal hier hoch gehen sonst kannst du mal springen wie so eine Kartelle und dann ah da gibt es zwei Nester da wo die sind nochmal hin so was gab es da jetzt wieso sind da wieso ist das so gut bewacht dort ach da gibt es eine Sphäre eine Sphäre wow wo die sind wo die sind wo die sind wo die sind und da ist mal war noch so mit da gibt es eine sphäre deswegen ja ich komme doch schon wenn ich platz habe ich hab platz so sind noch mal viele verdammte axt man kann doch nicht wahr sein macht nix jaja das nächste mal sagst du dass du hier ein erster hast man so mitnehmen ja ich hab dich compliedet so jungen jungen da liegt noch was rum da ist schon was los hier hinten in dem ecken also gibt es noch mal öl merken wir uns mal nun muss man gar nicht mal ein paar mal noch bei noch mal vogel lästern da gibt es noch eine biene ich meine schnecke da gibt es noch ein schneckchen in den felsen was wir auch noch nicht können vielleicht kann ich wieder reingreifen wie das letzte mal na ist es zu einem bloß willst du das wirklich jetzt machen wengdäumen lassen mal viel leben so soll die bienen leben denn ja mal gucken ob man jetzt hier an das schneckchen drinnen kommen ob wir irgendwo wieder ein Ritzo mal reingucken können ne ne doch warte mal hier auch mal irgendwas die Blätter aufheben ne kannste die Blätter nicht aufheben ok da brauchen wir Sprengstoff da müssen wir jetzt nächstes drum bemühen mal gucken müssen wir irgendwas freischafeln freiforschen gut dann wie gesagt macht das für heute mal wieder danke euch was zugucken also hinten gibt es noch mal Öl jetzt am achten mal dass es da noch mal Öl gibt nicht mehr Frieger genau lass mich mal ruhig da ist noch ein Schneckchen das aber noch ein Schneckchenfreundchen das wollen wir uns noch holen das wohl im Moment noch nur freiwillig bist denn du da hingekommen? eh wo ist er hin? noch hier? aber oh noch mehr wo ist er hin? wo ist er hin? wo ist er hin? wo ist er hin? da ist er hin? da ist er hin? da ist er hin? wo ist er hin? wo ist er hin? wo ist er hin? und sein hier ich noch klar jetzt aber hin jetzt schnell das schneckchen noch wohl da kommen wir uns ein paar dinger herstellen die wir irgendwann einstöpeln was soll das schneckchen einsammeln guck doch mal hin da haben wir zwei gelbe eine blaue zwei gelbe ich meine eine gelbe ergibt zwei kerne oder waren das zwei gleich oben ob da nicht anruhe irgendwas ist das sieht jetzt aber nicht so aus jetzt wenn da jetzt irgendwo was drauf wäre nehm ich gleich mit hier die himbeeren kalium ergstein brauchen wir nicht da oben ist irgendwas drauf das weiß ich ganz da oben sieht man ja auch noch was wie so ein paar taus oder sowas gut leute dann brauche ich mal wieder nügendwo das nächste mal computerspreche immer aufbauen damit man dann mal langsam hier auch noch mal 100 computer herstellen können ich meine die 50 äh verstärkte raum die werden wir jetzt schon langsam fertig haben die können wir schon mal abgeben mit da müssen wir auf hause drei jahre abschließen mit den 500 und den 100 den anderen aber auch schon mal die kleinen phasen ne ob man da drüben angehen kommt bringt da noch ein schneckchen zufälligerweise das sehe ich jetzt nicht verdammt das ist nur ein bienenfest da liegt da war noch irgendwas oben da ein blaues schneckchen glaube ich da steht auch noch eine sphäre macht man mit den sphären überhaupt wir schmeißen jetzt zusammen noch die festplatte rein gucken was man dann wieder schönes kriegen für die festplatte so hier hier festplatte hier und festplatte scannen so gut haben wir hier noch irgendwas machen können jetzt brauchen wir zehn davon fünf davon fünf davon gut okay nachher hier größten 50 bahn haben wir noch keine ne shop gegenstände okay und dann klatschen wir noch schnell jetzt war die gummi da rein so dann die hauskunststoff ne das war ein computer die raum wo sind sie hier 19 und dann gucken was er noch hergestellt hat dann fahren wir das nächste mal nur noch die computer einhören was 26 21 computer habe ich ja schon dann gucke ich gleich noch mal haben wir noch ein paar ohren ich bin doch hier sind noch mal zwei nimm die 0 und das herstellen coole wie das anläuft er dreht schon ne ist er noch genau und jetzt hier nein 19,21 computer haben wir schon nochmal 26 raum irgendwo also noch fünf macht man mit den sphären eigentlich hier habe ich noch kommt nur ein paar und nochmal zwölf vielleicht kriegen wir das noch fertig dann nehmt das hier mal und die sphären in der kiste drin das habe ich auch in der kiste drin aber das kiste kannst du schon mal ich muss das nachher nicht machen so gut alles klar lalalala lalalala so hier bau ja auch computer này kristall nicht fertig JA die kristall 50 ja 50 waren halt die Rhone und dann wird voll hier an der kalsten kannst du 100 Stapeln sehr schön, bracht voll machst du mir die 100 Kohle da drin das Schmackchen werden wir noch verarbeiten oder werden wir das nächste Mal verwursten verwursten hier, sehr kannst du 5 Stapeln, bracht voll dann schmeißt du das Gemüse da raus schmeißt du den Container rüber also das werden, wüsse ich nicht was man damit macht, muss ich irgendwie auch schon mal blunzen kannst du damit drüber und hier noch klöpfen dass wir hier nur die wertvollen Sachen drin haben jetzt nehmen die Fahrer, legen wir uns das Öl hier rüber das kannst du auch schon mal reintun, solange wir jetzt noch nichts damit verwenden können das ist jetzt die Frage den kannst du auch schon mal überlegen, solange gucken wir mal, es gibt hier zwei Koparenpunkte und dann ist Schluss so, was gibt es denn da schon in der Tat wollen wir nicht, Fundamente oder Tasten, was noch toll ist ach shit, kostet alles drei Punkte Förderung, Förderband, Wandhalterung haben wir doch eigentlich schon was ist denn das denn für eine, eine andere oder was und Förderwand, Fundament durch, haben wir schon ok hier hätten wir noch was Räpplein MK1 oder Wand, MK1, Wandvertaler, gedöhnt dreiseilige Räpplein MK3 haben wir quasi schon nicht verfügbar weil ich den noch schaffen muss, naja, kostet aber drei haben wir nicht, haben wir nicht ok 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 und wenn nicht, dann sammeln wir noch dann schmeißt du jetzt den Container mit rein tack und dann habe ich auch schon mal gesammelt ne, nicht vergessen, dass ich hier noch welche reingedeutet hab so, hier haben wir ja schon ein paar Platten ne, ja Tagerplatten und das andere so, gut, alles klar Leute danke ich euch fürs zugucken langsam, ich komme hier auf meine 1000 Abonnenten ne dann gibt es auch mal einen Livestream ne mal gucken, ob wir da Scum spielen oder Cloudy Factory schön im VR muss ich mir nur wieder das Shed Fenster hier mit einbauen oder mal gucken, wie weit der von Days to Die dann ist ja, hab ich auch schon lange nicht mehr gespielt da haben wir wieder Lust drauf so, alles klar, dann tschööö tschööööööö